Guten Tag meine Damen und Herren, hier ist Rashid Malik Ahmad, YouTube. Ich bin in Sipitalgasse Speyer. Heute ist 6. September 2021. Das ist eine Krankenhaus. Aber jetzt ist es so. Stiftung Krankenhaus. Die Fauna ist Herzstrasse Speyer. Die Oasite ist 6. Das ist ein Domehof. Domehof Brauerei, Dome und ein paar Kneipe. Haupteingang. Aber jetzt ist es so. Und da vorne ist Ludwig Strasse Speyer. Das ist Karten von dieser Krankenhaus. Aber jetzt ist es so. Die Tür ist so. Die Tür ist so. Das steht. Bitte Herrbauer, Rashid Malik Ahmad YouTube-Kanal. Danke schön. Auf Wiedersehen.